Kannst du im Leben immer vertrauen? Weißt du das? Kannst du dir da auch die Antwort drauf geben, wo du sagst, das funktioniert, das zusammenhängt? Weil die Absicht, die du hast, die ist entscheidend und entscheidet darüber, ob du etwas machen wirst oder es vor allem sein lässt. Und das Besondere ist, sobald du Vertrauen hast, das zu machen, das in die Realität umzusetzen, dann wirst du irgendwann mal lernen und vor allem auch für dich herausfinden, warum das so interessant ist. Und das Besondere zusätzlich ist, du wirst nicht nur Vertrauen deiner Absicht gegenüber haben, du kannst sie auch kontrollieren. Du kannst dir genau sagen, was beabsichtigst du zu verändern und was möchtest du zu lassen und was machst du gar nicht mehr. Und Voraussetzung ist dafür, dass du dir sagst, mir ist das wichtig, dass ich die Dinge, die ich beabsichtige, auch zu machen, dass du die wirklich machen wirst. Und dann wird dieses Vertrauen automatisch übersprudeln und sich sagen und damit zeigen, dass es wirklich in die Realität umgesetzt wird. Und da wirst du dann diese Früchte, die da tragend runterhängen vom Baum oder von irgendeiner Pflanze, die wirst du greifen können und einfach nur noch pflücken, weil du, wie ich dir da gerade schon gesagt habe, dieses Vertrauen hast, um damit anzufangen, um das umzusetzen und für dich einzusetzen. Und das Schöne ist, das funktioniert, sobald du aber nur mit dieser Absicht einvernehmlich beschlossen hast, ich möchte das umsetzen, durchsetzen und dahin bringen, dass das für mich funktioniert. In diesem Sinne, bis dann.